und ja jetzt haben wir hier auch schon wieder das problem dass hier schwarzer bildschirm ist aber zumindestens ja jetzt ist schwarzer bildschirm und ich weiß nicht woran es liegt so und zuletzt öffnen wir mal ein terminal denn ich möchte noch ein bisschen rein theoretisch unter multimedia und hier ist spotify auch wenn ich jetzt drauf klicke ich mache mal hier alles minimieren und das scheint nicht zu funktionieren hier hat es eben kurz aufgeblinkt und dann wollen wir mal schauen woran das jetzt liegt dass sich spotify nicht öffnen lässt wenn ich jetzt hier spotify lade dann sagt er mir spotify lässt sich nicht laden da lip curl gnu utils nicht gefunden werden kann so nachdem ich ein bisschen rumprobiert und ausprobiert und bibliotheken neu installiert und verschoben habe konnte ich spotify aus dieser kcp-version nicht installieren einen wunderschönen sonnigen sonntag nachmittag es ist wieder sonntag zeit für sonntags os und heute installieren wir mal das pure chaos chaos selber beschreibt sich als unabhängige distribution mit fokus auf cute anwendung und kde plasma auch auf distro watch punkt com steht hier auch noch mal independent das heißt es gibt kein übergeordnetes betriebssystem ja auf welches chaos eben basiert das einzige was einem nachher auffallen wird ist dass chaos zwar eigene pakete hat bei eigene paketquellen aber pacman also den paket manager von arch linux komplett mit integriert hat das kann man durchaus machen und somit lässt sich im prinzip chaos ähnlich bedienen wie ein arch linux und chaos hat ebenfalls ein eigenes user repositorie das nennt sich chaos community package oder chaos community packages und hierüber kann man dann zum beispiel proprietäre software wie den vivaldi browser oder spotify herunterladen aber auch noch andere sachen die jetzt in den standard repos nicht verfügbar sind die dann in der community quasi vorgebaut wurden wie zum beispiel ein plex media server putti ist sogar mit dabei und noch viele sachen mehr aber das kannst du am besten selber einfach mal ein bisschen rumstöbern so wir gehen jetzt hier auf download und hier auf der download seite haben wir die möglichkeit jetzt die letzte chaos das iso herunterzuladen dazu einfach hier links auf einen der spiegel server klicken entweder oder was ich mache ist ich bin hier auf spiegel server gegangen und hier bei germany ist es hier ein einziger server der hier auf https steht denn die anderen server da kann es je nachdem wie der browser eben da reagiert kann es zu einer fehlermeldung kommen dass dieser die datei nicht runterladen möchte da diese aus einer ungesicherten verbindung kommt so hier steht jetzt dahinter partially es zinkt das kann bedeuten dass da ein ziemlich hoher zugriff drauf ist auf die server im idealfall ist alles grün und es steht fully sinkt da das ist aber nicht so schlimm solange die server online sind sollte das ganze kein problem sein so ich habe chaos schon heruntergeladen und heute verwenden wir mal virtuell box anstelle kvm denn unter kvm unter meinem word manager gab es immer dann das problem dass das betriebssystem dass ich auf einmal schwarzen bildschirm hatte und deswegen nehmen wir jetzt einfach virtuell box und hoffen dass es hier einfach funktioniert dann hier sind die einstellungen die ich gemacht habe ich habe efi aktiviert dann habe ich meine sechs kerne prozessor kerne hinzugefügt 8 gb speicher aktiviert grafik speicher auf volle volle megabyte gemacht dann bei massenspeicher habe ich natürlich hier die iso noch eingelegt dass wir da gleich von starten können netzwerk ganz normale netzwerke brücke und bei usb habe ich auf o hci geschalten da bei hci bei mir hier ein fehler kam und das sollte aber trotzdem kein problem sein so dann einmal auf starten dann kommen wir hier in das boot menü oder in ein boot menü und hier wird beschrieben dass wir die möglichkeit haben die sprache entsprechend schon anzupassen und das können wir ja mal probieren einfach e drücken und dann die end taste damit der cursor ganz nach hinten springt und dann geben wir einfach ohne anführungszeichen einfach ein lang ist gleich de unterstrich de das ist deutsch und dann einfach auf enter und dann startet die dieses betriebssystem so dann haben wir hier einen wunderschönen ladebildschirm unter virtual box werden gleich die guest editions mit nachgeladen deswegen ist hier sofort alles auf vollbild das finde ich sehr sehr gut sehr sehr schön brauchen wir hier die anzeige nicht auf full hd anpassen und ja jetzt haben wir hier auch schon wieder das problem dass hier schwarzer bildschirm ist aber zumindestens ja jetzt ist schwarzer bildschirm so das ganze betriebssystem hatte sich jetzt hier geladen die live umgebung und die display auflösung hat sich ebenfalls automatisch angepasst und dann kann ich jetzt nur hoffen dass das ganze jetzt auch so bleibt und hier jetzt kein schwarzer bildschirm kommt so hier werden wir begrüßte dann mit diesem welcome im bildschirm und wir können hier einfach auf install chaos gehen dann öffnet sich jetzt der calamares installer der beste installer der welt und dann kann ich hier das ganze schon mal auf deutsch umschalten dann gehen wir mal auf weiter so hier wird meine location auf new york gesetzt das ist nicht der fall so deswegen einmal nach deutschland und rein so hier einmal in das zentrum von berlin so einmal hier mitten in die mitte rein dann auf weiter so hier kann ich jetzt entsprechend meine tastatur auswählen german einmal anklicken und default das sieht alles sehr sehr gut aus so möchte ich das auch lassen und hier kann ich jetzt aussuchen ob ich entweder libreoffice mit installiert haben möchte oder keine office suite installiert haben möchte oder sogar eine komplette minimal installation von kde plasma haben möchte so dass quasi nichts weiter installiert wird außer das nackte kde plasma ich lasse das jetzt mit libreoffice und werde jetzt einfach mal auf weiter gehen so efi hat er erkannt so dann gehen wir hier auf festplatte löschen das ist sehr schön dass er mir hier anbietet ob ich eine auslagerung haben möchte also ein swap partition oder swap datei und ich kann hier aussuchen welches format ich haben möchte ext4 oder xfs ich werde jetzt einfach ext4 nehmen und gehe hier auf weiter so hier kann ich jetzt auswählen welchen bootloader ich haben möchte da gibt es im prinzip zwei stück nämlich einmal systemd boot das ist das was wir eben am anfang auch gesehen haben oder refined und ich würde sagen wir belassen das ganze einfach bei systemd boot das ist hier die default option die standard option und wir machen weiter so hier kommen wir jetzt zum benutzer der name ist typ name des benutzer des computers ist dann nehmen wir chaos und dann box das ist mir so ein bisschen lieber dann wählen wir ein sicheres und kompliziertes passwort passwort ist zu kurz sehr schön und reuse user password es ruht passwort das machen wir und die qualität wollen wir jetzt hier nicht bewerten dann einmal auf weiter dann kommt hier die zusammenfassung und wir können auf installieren und dann heißt es abwarten bis die installation durch ist so die installation ist durch kurioserweise auch wieder hier alles auf englisch das ist alles noch so halb englisch halb deutsch ist aber nicht so schlimm wir haben jetzt die möglichkeit den installer einfach zu fließen und chaos hier im live system weiter auszuprobieren oder das ganze system neu zu starten und das machen wir jetzt mal los geht's und hier haben wir dann den systemd loader ist auch gar nicht so schlecht finde ich also es muss nicht immer grub sein und es scheint auch recht zügig hoch zu fahren und plasma habe ich jetzt hier die möglichkeit entweder x11 oder auch wayland zu nutzen ich belasse es jetzt mal bei x11 und finde das ein bisschen fragwürdig dass man beim eintippen des passwortes ganz kurz den buchstaben entsprechend sieht das finde ich nicht sicher wenn nämlich jemand hinter mir steht kann er quasi recht schnell das passwort auslesen indem man nur auf den bildschirm schaut und ja das ist nicht gerade sehr schön gut so hier haben wir jetzt croesco so heißt wahrscheinlich dieses dieser starter und hier können wir mal schauen hier wird erklärt was chaos im prinzip ist dann sehen wir hier den steuerelement stil das heißt hier können wir schon anfangen ein bisschen rum zu konfigurieren dann das team können wir hier ändern das ganze aussehen und standard ist mit nah ist der standard stil und da gibt es das ganze noch in der dark version aber so wie es aussieht betrifft das nicht alle fenster wir lassen jetzt mal den standard den ja das standard hell so die fenster dekoration das ist dann quasi das was hier oben ist das können wir dann hier entsprechend anpassen auch hier kann man dann entsprechend auch dark wählen und dann ist das ganze eben auf dark finde ich gar nicht mehr so schlecht ist sehr sehr schön gemacht und da gibt es dann noch die narrow und flat also da hat sich chaos wirklich eigene sehr sehr schöne fenster dekoration ja zusammengebaut finde ich sehr sehr gut so was haben wir sonst noch das mausverhalten ich finde die normale maus ist so wie sie ist ganz gut man kann hier noch die zeigergeschwindigkeit ändern vom thema symbol satz können wir dann schauen welche symbole wir haben da gibt es die standard das standard breeze icon set oder eben mit nah und mit nach dark und da wir mit einer hell haben werden diese symbole hier verwendet finde ich super und die lassen wir auch so virtuelle desktops das sind dann quasi die arbeitsflächen und da sind wohl standard gemäß zwei schon vor eingestellt und die lassen wir auch so wer mehr will kann das hier entsprechend einstellen und beim thema farben können wir dann auch schauen was die akzentfarbe ist aber auch hier finde ich das blau okay das finde ich gut und dann können wir hier auf das auf den nächsten reiter gehen und hier gucken wir mal was wir so alles haben hier gibt es so jetzt bin ich ausgelockt worden das war jetzt gerade live ok loggen wir uns noch mal ein also möglicherweise gibt es bei chaos einige wird es ein bisschen zu chaos wenn man das ganze in einer virtuellen maschine verwendet möglicherweise werden die werden diese fehler nicht auftreten wenn man das ganze auf richtige hardware installiert dennoch werde ich das ganze jetzt hier mal probieren ich gehe jetzt hier auf web browser und kann jetzt hier entsprechend auswählen welche browser ich installiert haben möchte so jetzt ist der bildschirm der immer wieder abstürzt so ok so dann ja ich kann also firefox installieren chrome opera und den cute browser namens otto äh otter nicht otto otter so was haben wir sonst noch denn diverse musikplayer auch das ist insgesamt eine sehr sehr nette möglichkeit software zu installieren indem man das ganze dann einfach anhakt und auf install klickt und dann werden die sachen installiert es werden dann einfach nur vier optionen immer angezeigt pro software kategorie anstatt eine unendliche auswahl quasi die top vier wie zum beispiel hier bei video editing software kaden live als standard als oberster video editor und dann auch open shot lightworks und avi demux ist auch ein wie ein demuxer ein video editor und bei büro anwendung kann ich dann hier noch scrooge zum beispiel installieren das ist schon finanzverwaltung für kde plasma scribus gibt es noch und caligra auf es sollte ja schon installiert sein so hier haben wir dann ein paar bildschirm hintergrund bilder die wir installieren können die kann man dann herunterladen das heißt das ganze läuft über so eine ja online bibliothek wir können bereits heruntergeladen anschauen da haben wir aktuell keine bei den beliebtesten haben wir dann diese standard stock footages und das sind dann die neuesten so dokumente um sich mit chaos vertraut zu machen lesen sie bitte die dokumente dann wird dann hat man hier die qn a ist man kann auch zusätzliche kerne einfach installieren und zwar direkt kommt man dann hier entsprechend in die dokumentation zu den linux kernels wir gucken dann gleich mal was für ein linux kann wir überhaupt installiert haben so hier gibt es dann noch informationen zu pacman wie das funktioniert und ja und wie man auf nvidia wechselt so dann haben wir hier erweitert da kommen wir dann zur firewall den systemd daemon so die firewall ist standardgemäß deaktiviert das ist sehr sehr schade dann werden wir sie einfach aktivieren denn so gehört sich das und dann kann man hier auch regeln und so weiter hinzufügen bei über kann man sich noch mal durchlesen was chaos eigentlich ist und wie das ganze funktioniert und wer das ganze macht bei neuigkeiten hat man dann hier auch noch mal die letzten news zur iso und was neu ist und hier einmal auf beenden beendet diesen diesen willkommen bildschirm so anders als man es gewohnt ist befindet sich die leiste die startleiste eben nicht unten oder links was eigentlich viel logischer wäre sondern rechts finde ich design technisch nicht sehr klug denn das menschliche auge neigt immer dazu links anzufangen das ist zum beispiel auch der grund warum die bei den nachrichtensendungen der nachrichtensprecher in der regel immer auf der rechten seite des bildschirms sitzt der kopf ist meistens hier und links ist dann quasi ja ein ausschnitt von dem nachrichten bereich was er gerade am vorlesen ist ja man guckt so dass der zuschauer immer zuerst auf das bild guckt und dann erst zu dem nachrichtensprecher oder der nachrichtensprecherin ja das menschliche auge zumindest hier in unseren westlichen sphären das kann möglicherweise in den arabischen ländern anders sein aber zumindest in den größten teilen der länder wo auch von links nach rechts gelesen wird fängt das auge immer oben links an und ich finde oben links oder auch unten links sollte dann entsprechend dieser start button sein das ist meine persönliche präferenz das kann natürlich jeder anders sehen du kannst ja mal unten in den kommentaren schreiben ob du das anders siehst und warum die leiste vielleicht hier auf der rechten seite doch besser aufgehoben ist als links so wir schauen mal was chaos hier so alles ohr installiert hat so da gehen wir einfach mal auf alle an wenn wir gehen einfach mal auf büroprogramme hier haben wir libreoffice schon vor installiert das hatten wir ja zu beginn bei der installation bereits ausgewählt so bei den dienstprogrammen sind natürlich die üblichen verdächtigen direkt von plasma mit dabei wie zum beispiel k find k write und auch kate zusätzlich ist installiert der hp device manager also quasi hp lib ist mit integriert so wim ist vorinstalliert und es gibt hier ja diverse programme zum aufräumen einmal sweeper zum ja cash seiten und so weiter löschen das ist ein ziemlich schlankes und sehr zügiges bereinigungsprogramm und die etwas üppigere version stacer ist ebenfalls mit drauf und hier kann man dann auch noch sehen wie das system gerade so sich verhält unter einstellungen haben wir den quantum manager für die themes und auch die systemeinstellungen das sind die standard systemeinstellungen die wir von kde plasma eben auch so kennen dann gibt es unter entwicklung natürlich die cute entwicklungsumgebung und eben auch kate und compare ist zum vergleichen von ordnern oder dokumenten oder inhalten von dokumenten unter grafik haben wir grenvio installiert als einziger bild betrachter und auch libreoffice draw gimp ist nicht mit dabei das ist normalerweise üblich dass gimp immer mit vorinstalliert ist hier nicht unter kde wäre sogar krita als zeichen oder grafikprogramm er sogar noch zu vorzugen so unter internet finden wir dann unsere ganzen tools die notwendig sind dass wir überhaupt im internet miteinander kommunizieren können unter anderem ein browser der standard web browser ist halken so was haben wir sonst noch im internetbereich natürlich die kde connect für das verbinden des smartphones mit dem rechner ein download manager haben wir und ein irc client und ein instant messaging client unter lernprogramme ist lediglich libreoffice math hinterlegt und beim multimedia haben wir den mpv media player das ist mein absoluter favorit auch das ist ein wirklich sehr sehr schöner sehr sehr flanker media player da kann man dann tatsächlich einfach nur eine url oder eine datei einfach hier rein schmeißen und dann spielt er sofort ab der hat eine sehr sehr minimalistische grafische oberfläche mpv wird normalerweise direkt in einer konsole verwendet und ist wirklich unglaublich leistungsstark und schnell so dann gibt es noch die kamo so dass ein webcam manager quasi ein bremprogramm k3b wenn das überhaupt noch ja überhaupt noch ein ding ist cds oder dvds zu brennen haruna video player den kenne ich persönlich nicht dieser ist hier quasi vorinstalliert und ist laut infoseite doch recht neu 2019 bis 21 und ist ein kde eigener video player als audio player ist elisa mit dabei auch elisa ist ein kde eigener player und erinnert einen so ein bisschen an das gute alte itunes so und unter spiele gibt es lediglich ein kartenspiel was quasi auf solitär basis ist klondike ist dann quasi das standard solitär was man so kennt dann gibt es noch ein paar systemtools wie den kwallet manager dann croeso das ist das was wir eben hatten dieser willkommensbildschirm eine drucker verwaltung octopi ist quasi unser software manager das ist sehr interessant dass es octopi ist und nicht etwa discover was bei kde ja normalerweise immer mit dabei ist als software manager octopi ist quasi das pacman pandan zur synaptics paket verwaltung von debian und das war es im prinzip schon an anwendungen es ist ein ziemlich flankes system es ist nicht allzu viel drauf aber das nötigste ist tatsächlich drauf und das ist sehr sehr gut denn so kann man hat man dann die freiheit weiterhin sachen zu installieren die man dann noch braucht hier kann ich jetzt noch das hintergrund bild mal einrichten ich bin mal gespannt was hier noch so für standard bilder drauf sind so und so wie es aussieht sind das die klassischen kde plasma hintergrund bilder wie zum beispiel abstrakt oder der kanopi das kennt man auch von kde plasma die standard hintergrund bilder im prinzip so es gibt hier noch von chaos column reflection ein chaos eigenes hintergrund bild dann auch hier wieder kde plasma und diverse stock footage ist quasi flugzeug die tulpe oder hier so landschaftsbilder das sind dann die standard hintergrund bilder aber wenn man wenn du mehrere oder ein anderes hintergrund bilder haben möchtest kannst du auch unten auf mehr gehen und dann hast du hier die möglichkeit weitere hintergrund bilder zu finden und eben herunterzuladen wie zum beispiel dieses liquid das finde ich sehr sehr interessant und ja da kann man kannst du dich dann hier austoben und auch nach kategorien suchen so wir lassen jetzt aber das hintergrund bild was jetzt gerade im hintergrund auch ist das finde ich sehr gut das sieht sehr neutral aus und im prinzip war es das auch schon hier haben wir einen ausklappbaren taschenrechner der klappt sich quasi einfach so auf das finde ich auch sehr sehr gut dass das ganze so ausklappbar ist genauso wie ein notiz zettel der sich ebenfalls ebenfalls hier ausklappen lässt falls man mal eine schnelle notiz machen möchte der standard datei manager ist natürlich dolphin unter kde plasma das ist glaube ich der beste datei manager den man haben kann unter plasma so das standard terminal ist die konsole so wie es aussieht ist bash unsere standard shell allerdings sehr schön designt auch und ich möchte jetzt einfach mal schauen welchen kerne wir denn so haben mit you name minus r finden wir unsere kerne version und das ist 5 17 15 das ist ein stabiler generischer kernel das ist nicht der neueste jetzt aber wir können mal schauen ob wir hier ein bisschen updates durchführen kann mit sudo pacman minus s y u denn das ganze funktioniert ähnlich wie bei arch linux da ist pacman ebenfalls so integriert hier und dann würde ich sagen führen wir mal die die updates durch und warten dann einfach mal ab die aktualisierung ist durch und das ging dann recht schnell und dann wollen wir mal schauen wie wir zum beispiel ein community paket installieren können dazu gehen wir jetzt einfach noch mal hier auf die seite von chaos und dann auf kcp und wenn ich jetzt zum beispiel sage ich möchte gerne spotify installieren dann sagte mir kcp helper also es gibt die möglichkeit entweder eine zip datei herunterzuladen diese zu entpacken und dann in dem ordner make pkg minus si zu machen ebenfalls ähnlich wie bei arch linux oder es gibt hier dieses command das werde ich jetzt einfach mal kopieren und dann gehe ich in die konsole rein und gebe dieses kommando ein einmal kcp minus u ich nehme mal an da werden die kcps also die community pakete einfach geupdatet und danach mit kcp minus i dann für install spotify und dann wollen wir mal schauen ob das funktioniert wie du siehst auch hier wird das ganze nicht als sudo ausgeführt sondern als ganz normaler nutzer hier meckert da wegen den fehlenden abhängigkeiten und dann wollen wir mal schauen ob wir k kcp minus kcp hier bekommen dann werden wir das zuerst installieren weil dann hat er nämlich gemeckert dass das dass er das über pacman nicht installieren kann diese abhängigkeit und kcp ist höchstwahrscheinlich nur im kcp verfügbar und eben nicht direkt in den repositoris in den standard pacman repositoris so die installation von kcp ist jetzt durch und dann können wir das ganze noch mal mit spotify probieren mal sehen ob das jetzt klappt oder ob wir noch irgendwelche anderen abhängigkeiten vorher nach installieren möchten so sieht es ganz gut aus einmal ja und jetzt werden die abhängigkeiten installiert das geht dann immer recht schnell und spotify selber der spotify client wird jetzt einfach quasi kompiliert so das geht aber recht schnell weil es eine einfache binary datei ist und damit ist spotify jetzt installiert das können wir gerne hier mal nachschauen so nachdem ich ein bisschen rumprobiert und ausprobiert und bibliotheken neu installiert und verschoben habe konnte ich spotify aus dieser kcp version nicht installieren und wenn man spotify aber dennoch nutzen möchte dann können wir mal schauen ob es überhaupt eine flat pack version gibt und dazu müssen wir erst mal flat pack installieren ich gehe einfach mal auf flat hub und dann gehen wir einfach mal auf quick setup und schauen mal ob hier chaos mit dabei ist chaos ist hier leider nicht mit dabei deswegen müssen wir uns anderweitig behelfen und schauen ob wir flat pack überhaupt installiert kriegen dazu einmal mal sudo pacman minus s flat pack so flat pack ist verfügbar dann einmal bestätigen und ok so flat pack ist jetzt installiert das sehen wir hier hier steht jetzt kein befehl angegeben und dann gehen wir einfach wieder zurück und suchen mal nach spotify hier haben wir spotify doch bevor wir das installieren möchte ich das alte spotify erstmal entfernen also sudo pacman minus r spotify muss natürlich richtig geschrieben werden dann einmal ja und damit ist spotify beendet beziehungsweise deinstalliert so als nächstes ist hier ein bisschen anders flat pack wird hier oder flat hub wird hier nicht als remote repository mit in pacman integriert so wie es zum beispiel bei arch der fall ist das heißt hier müssen wir die 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 quelle die download quelle bei der installation immer angeben und dazu gibt es ein befehl als erstes sudo flat pack remote list das müssen wir quasi eintragen dass wir die software aus einem remote holen so das ganze ist fertig und wenn wir jetzt zum beispiel flat packs installieren möchten wie zum beispiel spotify so dann gehe ich jetzt hier drauf dann kann ich hier oben einfach ziel verknüpfungsadresse kopieren und dann sudo nein ohne sudo einfach flat pack install dann rom und dann die komplette url rein und zwar die flat pack referenz datei und das ganze dann ausführen so flat pack wird natürlich ohne c geschrieben so jetzt fragt er ob das installiert werden soll ich sage ja jetzt das sudo passwort rein und jetzt wird auch alles installiert was man installiert haben möchte ist ein bisschen anders hier muss man dann entsprechend den anleitung aus dem handbuch folgen direkt auf chaos docs flat pack ist das ganz genau beschrieben wie das ganze dann funktioniert und das funktioniert recht gut es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig aber nur so kriegt man dann auch tatsächlich alle sachen installiert die man eben installiert haben möchte wenn es die jetzt so im repository nicht gibt oder wenn sie zum beispiel wie bei spotify eben nicht funktionieren so damit ist die installation durch und wir können mal schauen ob es hier ein eintrag gibt leider nicht das hier ist nicht der richtige eintrag anwendung bearbeiten das ist jetzt doch das ist der richtige eintrag der hat bloß noch kein bild das kommt manchmal dann erst durch nach einem neustart so aber im prinzip funktioniert das ganze jetzt das ist jetzt quasi ganz normaler ganz normale flat pack und jetzt funktioniert spotify auch ganz normal kann ich mich jetzt hier einloggen wenn ich das dann haben möchte und spotify ganz normal als flat pack nutzen ja also in der not funktioniert flat pack quasi immer also alle fenster können wir jetzt quasi schließen ja was für ein abenteuer das war ein ziemlich spannendes projekt hier chaos finde ich ist ein sehr sehr schönes betriebssystem lässt sich auf jeden fall sehr sehr gut nutzen lediglich in der virtuellen maschine scheint es noch ein bisschen probleme zu machen das user repository beziehungsweise community community packages sind natürlich mit vorsichtig zu genießen das ist aber immer so wie auch bei arch user repository dort kann es passieren dass eben nicht immer alles genauestens funktioniert und deswegen finde ich die flat pack version immer ganz gut wenn man dann auf flat packs zurückgreifen kann insgesamt ist chaos ein sehr sehr schönes betriebssystem die entwickler geben sich sehr sehr viel mühe alles auf schlank und schnell zu halten ich finde es sehr gut dass pacman als paket manager hier integriert wurde denn nur so kann man wirklich auch hohe geschwindigkeiten bei der installation für programmen gewährleisten das ist mein fazit das ist chaos ich wünsche noch einen wunderschönen sonnigen sonntagnachmittag aber was weiß ich schon ich bin ja nur so ein typ im internet das ist mein ganzes betriebssystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystem